Servus. Ramzes, du hast mir diese Hot Chip Challenge geschickt, dass ich die mir auch mal reinziehe und die werde ich mir jetzt reinziehen. Erstmal den Handschuh, dann machen wir die Packung mit dem Chip auf. Wunderbar, die schöne Mulde drinnen noch. Da können wir noch das ganze Ding an den Rest draufhauen. Jawohl. Und jetzt, guten Appetit. Ja, aber zu schwach. Ramzes, tut mir leid, es ist zu schwach. Aber trotzdem sehr geil. Bis zum nächsten Mal.